Also Maus, hier ist der Plan. Ich habe eine schöne Schnur für dich. Ich glaube, da kannst du besser dran hochklettern. Ich nehme mal dieses ekelige Rohr da raus. Da kannst du bestimmt nicht dran hochklettern, oder? Weil du da keinen Platz hast. Das sieht scheiße aus. So, wie geht's dir denn? Ist das lang genug? Ich hoffe mal. Pass mal, ich helfe dir da. So, noch einen damit. Dann kannst du damit hochklettern. Ja, halt das mal fest. Halt das mal fest. Na komm. Ich helfe dir doch, ich helfe dir doch. Halt du dich fest, ja? Gut, 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 gut. Hey, 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 hey. Wo willst du hin? Nein, 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 nein. Komm her, komm her. Hey. Langsam, langsam, langsam. Du kannst doch nicht hoch. Na ganz ruhig, Kleiner. Hier, fall da rein, fall da rein und weg mit dir. Komm her, komm her, komm. Nein, 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 nein. Wo willst du denn hin? Hey, hör auf. Ich habe dir gerade geholfen. Hier, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Hier, geh in den Scheiß... Ja, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Jetzt habe ich dich. Mein Gott, du stellst dich gleich an. Ne, da kommst du nicht wieder raus. So, wenn du jetzt sagst, danke und tschüss. Heimatland, du. Tschüss bist du. Aber dreckig. ... ... Einmal